Ja und herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Weiter geht's in der Kampagne. Heute ist der Fall bei Brisa Cove für Barrikadierte Verdächtige auf dem Plan. Und ich würde einfach mal hier den Einsatz lesen. Der Senator war ein Rally in der Park, wenn die Schüttung passiert. Security war aufs Site, aber die Schüttung kamen von weiter afield. Reports indicate es kamen von einem building nach dem Park. Early Details sagen, dass viele Suspects holen auf den 12th Floor sind. Wir haben nicht viel zu arbeiten, aber wir wissen, dass der Senator hat ein paar Threats in den letzten Wochen von einer Veteranengruppe, die nicht mit der Entscheidung zu verlassen, zu cuten VA-Hospital-Fundung, ein billet der Senator heavily unterstützt. Der Senator ist noch nicht aufs Site, und die Uniforms haben bereits geordnet offen Memorial Park. Ich möchte uns zu hit den Bildern und fluch aus jemanden ist da. Ich weiß, dass du das hier in deinem Leben kannst, aber ich kann nicht stress, wie wir das nicht gut haben müssen, schnell und schnell und schnell. Wir haben bereits den Bildern zu dem 12th Floor. Jetzt ist es um uns zu gehen in da und suchen alle Apartment, das hat eine View-Fundung des Parkes, However marginal. Ich möchte Leute auf dem Roof und überall in zwischen. Keep in Kontakt, und für Gott's sake, kommunizieren mit einem anderen als du gehen. Ich will nicht haben nichts fallen durch die Kräcks auf das eine. Any questions? Was ist der Status des Senator? Der Erste Update war, dass er ist alive. Aber barely. Sie haben ihn gut. Nun, es ist kein Zeitpunkt, um sich zu sitzen. Die Bildungspläne werden aufgeladen, als wir sprechen. Familiarise sich mit ihnen, bevor wir rauskommen. Okay, Zeit für Fragen. Hat jemand, die irgendetwas brennt, was sie umsetzen müssen? Great. Jetzt steh auf und reporte zurück zu deinen Element-Leadern in der Garage in 5 Minuten. Bleib sicher da draußen. All right. Wir müssen also den zwölften Stock säubern. Und wenn ich mich gerade richtig daran erinnere, haben wir das schon versucht in der letzten Folge. Ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Von daher, entschuldige bitte, weiss ich irgendwie, was nicht mehr so gut kann. Ähm, genau. Den zwölften Stock säubern, vor allem verschiedene Apartments. Und Waffensichern. The Left Behind. Männlich, unterschiedlich, unterschiedlich. Die zurückgelassenen, die vom LSPD als inländische Terrorgruppe eingestuft werden, erlangten schnell Berühmtheit, nachdem sie versucht hatten, Senator Cornelius Fremont auf eine Kundgebung zu ermorden, die er abhielt. Bei den Verdächtigen handelt es sich wahrscheinlich um Veteranen, die in den letzten 30 Jahren im Kampfeinsätzen gedient haben. Man kann davon ausgehen, dass sie gut ausgebildet und gut bewaffnet sind. Zivilisten gibt es ein paar. Lori Bauer, ein berühmter Produzent und Musiker, wohnt im zwölften Stock, Apartment 02. Seine Enkelin hat dem LSPD mitgeteilt, dass er zum Zeitpunkt der Schießerei in seinem Apartment anwesend war. Der ehemalige Marineoffizier David Starlin befindet sich vermutlich noch im Gebäude. Er wohnt im Apartment 1203. Barbara Penshaw. Es ist bekannt, dass Barbara zum Zeitpunkt der Schießerei im Gebäude war. Sie lebt im 2104 mit ihrem Mann Eric. Ich glaube, er wohnt in der Schießerei mit seinem Anwalt. Mhm. Das kennen wir, glaube ich, auch schon alles. Oh nein, du bist nicht hörst. Ich bin jemanden, jemanden hat Senator Fremont als er was gegründet. Es war nicht jemanden, aber es war ein Knopf. Es muss man ein Knopf oder was ich weiß? Ich weiß. Ich habe ihn gehört, wenn es ein Gunshot war und er hat den Deck. Es ist ein Schuss hier. Okay, Herr. Ich werde dich aufhören. Die Polizei war ein Bauer. Sie sagen, die Schießerei war nicht in der Schießerei? Nein. Ja. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß nicht, vielleicht, aber sie waren nicht in der Crowd. Er wurde von ein Weißer Weg, you know? Ich verstehe, Carlos, danke. So, zu confirm, es ist kein aktive Schüter in der Park. Nein, das war ein Target-Attack. Sie wollten die Senator- Oh, das ist fucking City, man. Oh, ich hate es hier. Danke, Carlos. Als ich gesagt habe, die Polizei sind inbound. Please stay out of the way and let the emergency services work. Thank you for calling and please stay safe. Okay, okay. Thanks. God, what a day. Alright, we've got to roll. This just came in. There have been multiple calls coming in. Okay, das ist auf jeden Fall auch etwas, was Sie unbedingt verbessern müssen, dass Sie mit dem Durchscrollen. Das scrollt viel zu langsam durch, als im Gespräch gesagt wird. Bringen Sie Ordnung in Chaos, retten Sie alle Zivilisten, Scharfschützengewehr im Zimmer 1204 lokalisieren, verhaften Sie drei Verdächtige, Musikproduzent finden, pensionierten Marienoffizier finden, Scharfschützengewehr im Zimmer 1201. Okay, ähm, noch kurz die Karte. Ich habe... Ähm... Ups. Kann ich das bitte wieder löschen? Okay. Ja, stimmt. Das letzte Mal sind ja zwei gestorben. Daran kann ich mich erinnern. Bei diesem Auftrag, genau. Das war ja das Problem. Und da ich denke, dass wir eigentlich gut ausgerüstet sind, und ich schaue auch ganz kurz... Ähm... Ganz kurz nur hier rein. Okay, ja, mit der Beanbag ist nicht so schlau, da reinzugehen. Und... Leichte Rüstung auch nicht unbedingt so gut. Ja gut, da muss ich doch ein paar Leute anpassen. Wir sind gleich im Einsatz wieder, wenn wir vor Ort sind. Ist gleich. So, da sind wir nun... Am Einsatzort. Am Einsatzort. Suspects have taken refuge in the area and are refusing to cooperate. Move in. Wie man sieht, habe ich unser Team neu ausgestattet, als das letzte Mal. Ähm, da hatten wir nämlich, ähm... A Beanbag und so weiter dabei. Und das war ja offensichtlich kein guter Plan. Und jetzt sind wir auch mit Gas unterwegs. Von daher hoffe ich, dass es besser läuft. Vorhin habe ich eigentlich schon einen... Run versucht, aber da hat das Spiel... keine Lust gehabt. Okay, hier ist alles safe. Ähm, Leute. Ich gucke da mal unten durch. Mit dem Opti-Wand. Kleine Falle. Okay, links sieht man schon jemanden. Der hat auf jeden Fall eine Waffe. Rechte Tür ist zu. Rechte immer nix. Dann würde ich vorschlagen, wir... öffnen die Tür. Und sich mit einer Blendgranate. Ja, doch. Oh, shit. Haben wir jetzt schon jemanden verloren? Nee, nicht. Schließ die Tür. Schließ die Tür. Provide cover. Stack it. Use a jam. Red, hier. There. Raise your hand, now! Stop that down. Contact down. Talk to Entry Team. There, go. Roger that. Medical Assistance is standing by. Move. Stack up. Got it. Red Team. Provide cover. Nothing to report. Need you to move. Blue Team. Going in the cup. Moving clear. Good. Reaching. Got to know, we got to go. Good here. Lock that door. Where it's ready. Wir müssen uns hier... Sorry, ich bin gerade... Ziemlich ruhig, aber wir müssen uns hier ein bisschen Platz verschaffen. Stay on me. On you. Blue. Junge, Junge. Das ist schrecklich. Können wir hier irgendwie... ...gut vorgehen? Ich weiss nicht, was uns hier... ...erwartet um die Ecke. Wir müssen uns... Door jam, go. Door jam, ready. Halt eben den... ...lissen Platz verschaffen, wie schon mal gesagt. Und... ...n paar Räume... ...absichern. Damit von da nichts kommen kann. Oh, shit. Fall in behind me. You got point. Covering fire. Oh! Put your fucking hands up! Oh, shit. Oh, shit. I need fire down this way! Go to the exit. Stay quiet and stay low. Go to the exit. Go to the exit. Down on the ground! Ähm... Können wir hier da Gas reinschmeißen, bitte? Lead the talk. One civilian detained. Talk to entry team. Roger entry team. Great work. Keep going. Keep going in the position. Go to the ground. Swap with me. Cover fire! I'm going. You're on the right. Oh, oh, oh. Red is down. Good here. Down on the ground. Restraining. I got nothing here. Restraining too. War versichern. Aufpassen, dass von neben, wo was kommt. Aber eine Sprengfalle, die entschärften wir lieber mal. Wo wir die Tür aufmachen und dann BAM. Unter and clear. Copy. Switching me. Switching. Opening the light. Not here. Close clear over here, boss. You're on it. Provide support. I'm with you. Okay, hint on's clear. Got a suspect down. What a jam in the door. Talk to entry team. Do the jam, bitte. Affirmative entry team. Affirmative entry team. Where's red? Blue team. Open and clear. Alright. Going in. Blue in. Got an opening up ahead. I'll close it here, sir. Drop it. Alright. Lift is clear. Lift is clear. Lift is clear. Das wäre hier auch ein anderer Eingang gewesen. Da hinten sind Chemlights. Von daher soll das eigentlich sicher sein. Trotzdem mal kurz schauen. Ja. Da sind unsere Kollegen, die nix machen. Sehr schön. Oh, fuck. So kommt da unser eigener Mann plötzlich. Ja, ja. Das sieht clear aus. Da sehe ich auch gerade niemanden. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, rotes Team hier aufreihen. Ich check das. Okay. Ich check das immer noch mit diesem Einreihen. Öffnen. 4. Öffnen. 1. 10. Go, go, go. Racing. Police. Get down. It's clear over here, boss. Haben die anderen jetzt gebreached? Nee. Ich check das nicht. Nochmal aufreihen, aufteilen. Dann öffnen. Blendgranate. Und ihr macht das gleiche mit ausführen. I don't get it. I don't get it. Provide cover. Move in and clear. That's affirmative. No. Blue. Switch. Split the door. Acknowledge. Ja, jetzt ist es auch egal. Ich check das nicht. Ich check das nicht mit dem... Aufreihen. Man kann doch nachher eigentlich allen Sagen auf einmal reingehen. open him on the left. I got nothing here. Hey, hey. I don't have anything. Police. Hands up. Stay here. Do not get it out of here. Shit. Fuck. Fucking shit. Entretien to talk. Civilian standing by the trailer. Da unten steht ja auch cute. Open, gas and clear. Copy that. Naja. Die haben wir jetzt halt vergast. Naja. Geht halt jetzt nicht anders. Aber sie ist safe. Jetzt haben wir eigentlich einmal eine ganze Kehre gemacht. In der Mitte sollte halt safe sein. Hier kamen wir her. Aber ich kann dir anderen noch sagen, sie sollen uns folgen. Oder irgendwie sowas. Geh und bleib da. Geh hier. Könntest du bitte aufstehen? Kann man sie nur zum Ausgang bewegen, wenn sie ungefesselt ist? Ich glaube, das gab es vorher auch nicht. Naja. Dann überlassen wir dich mal hier. Wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich glaube ich alles gesichert. Was die Räume angeht. Dass nirgendwo wer rauskommen kann. Oh, da ist ne Sprengfalle. Ich entschärfe kurz die Sprengfalle. Dann schliessen wir die Tür. Geben Gas rein. Öffnen sie es. Gas. Ich schicke das nicht mit dem Aufreihen. Kann man echt sagen, Blindgranate und Gas. cover this area. Go, go, go. I don't get it. I don't get it. Post up and cover. Stop. Donut einfach. Get the door and use CS. Go. CS, out. Open it and clear it with a flash. No problem. Get down. I want to see hands. Hands up. No contact. Hands up now. Drop to your knees. I got nothing here. Checking the bed. Kann jemand, äh? Egal. Mach ich nachher gleich. Downton is a park. Sonsten ist hier alles im grünen Bereich. Your bill covers. Von da kann zwar niemand kommen, weil ja da eigentlich ein Sprengfall ist. Also wenn jemand kommt, ist er selber tot. Ich mach da trotzdem kurz mal auf. zum schauen, wie es aussieht. Aber hier ist alles safe. Wir ein blaues Team. Kann das blaue Team bitte hier hingehen? Und dann der kommt. Hallo. Das rote Team kommt mit. Es ist bloß ein Schrank. Nix. Los. Keine Falle, aber ich höre jemanden. Deshalb würde ich sagen, öffnen und eine Blankgranate rein. Vielleicht sind die auch im anderen Raum nebendran. Okay, ich wusste nicht, wie weit rechts das Ganze hier geht. Dann blieb einmal safe. Safe und sichern. Ja, gut. Ich würde sagen, da nehmen wir C2. Ah, ich habe falsch gelesen. Ich dachte eigentlich C2. Move. Move and clear. Moving into place. Set their cups insecure. Post up and cover the area. 10-4. You're gonna move. You're in my spot. Move and clear with a grenade launcher. Switch. Switching in. BOOM! Dynamic movement. Clash on clear. Cover this area. Roger. Move in and clear with gas. Wird herein, da? Ja. Move in and clear with gas. Let's go! Opening on the left. Get down on your knees. It's in here, sir. Get down. I want to see hands. Lights, get out of the head. Okay, das ist unsafe hier draußen. Hands on your head. Move. Oh shit, das war eine String-Stingle. Move it in! We've got an opening up there. We need to move. Searching the closet. Fuck it. Locking the light. Alright. This one läuft ganz okay, würde ich sagen. da ist nix drin. Shit, wollte ich nicht. Obwohl, doch. Können wir gleich mal kurz schauen. Verhaften sie drei Verdächtige? Wegeschlagen. Nee. Das ist safe. Der ist auch safe. Auch alles safe hier. Blue. Splitting cover. Moving into place. Keine Falle. Sieht gut aus, aber links sieht man nix. Red. Open and clear. Apartment. Ihr macht das schon. Das ist das Studio. Ihr könnt ausfühlen. Wie willst du das tun? Red Team. Geht die Tür. Clear. Wieso nicht? Geht in und clear. Wenn ihr das nicht könnt. So. Blue Team. Nothing. Wieso können die jetzt nicht mit die Tür eintreten? Das ist ja weird. Ach so, knacken ist alles. Okay. Geht die Tür. Clear mit Flash. Freizeit. Red. Provide Cover. Undre. Man hat da nicht gesehen, ob da hier jemand ist. Aber safe. Ähm. Ist irgendwo noch etwas zu finden? Move of Contacts. Got it. There. I'm moving. Search and secure. Roger. Red Team. Move to my front. Moving out. Begin a search. Secure any contacts. Gold Team. Rolls around the building have been derogated... On me. Move. I got you. Kommt. Element of talk. The building is bleeding out. This is talk. Copy. Clean house and we'll take them out. Okay. Es läuft eigentlich ganz gut bisher. Sollte der Raum sein? Ja, da sind wir auch schon drin gewesen. Da kann man nur eine Tür öffnen. Okay. Okay. Irgendwelche Hinweise, Notizen und so weiter gab es nirgends. Glaube ich. Sonst hätten wir bestimmt schon was gewunden. Ich weiss, theoretisch müssten wir eigentlich die Leute ja behaupten. Links ist eine offene Tür. Das ist ein guter. Es ist ein guter. Es ist ein guter zu conversation. Das ist ja gerade mal jemand drin. Wieso hat niemand C2 dabei? Ist ja weird. Und da ist auch keiner mehr. Shit, da habe ich jetzt voll reingeschaut. Okay, mindestens einen haben wir festgenommen. Das ist ja schon mal was. Oh, fuck! Woher kommt der Typ-NPT? Wer hat jetzt einen Sprengfall ausgelöst? Äh, Tür-Stauper bitte. Wir müssen uns hier kurz einsperren. Reden Sie alle Zivilisten? Irgendjemand hat einen Zivilisten in die Luft gesprengt. What the hell? Das liegt jetzt gerade richtig ausser Kontrolle. Keine Ahnung, woher der Typ kam. Ich dachte, ich hätte alle Türen zugesperrt. Kann hier jemand einen Türstopp platzieren, bitte? Junge, Junge. Wes ist bereit. Kann ihn jemand bitte sichern? Kann ihn jemand bitte sichern? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Du bist nicht mehr, das ist nicht von dir. Ich sehe hier einen hinter dir. Ja, wir sind bereit. Ich bin nicht mit ihnen. Wir haben hier ein paar Zimmer. Okay, keine Falle, recht ist ein Schrank. Geradeaus nix. Okay, niemand drin. Weiter. Den kann man nicht öffnen. Das war ja gerade mega heftig, da kam einfach einer aus dem Nix. Okay, dann sollten wir hier alles haben. Den Schrank bitte wieder öffnen. Einfach damit wir wissen, dass hier alles gut ist. Also es gibt eine schlechte Note, aber da kann ich nix dafür. Für irgendeinen Zivilisten hat, oder irgendjemand hat einen Zivilisten in die Luft gejagt. Okay. Da gehen wir nicht hinein. Oder höchstens mit einer Stinger. Oder irgendwie sowas. Blütein. Ja. 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 Va nein. Ja. 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 Schaut da immer noch genau durch die Tür. Ja, den kriegen wir nicht gut weg. Niemand hat C2, wenn ich das richtig sehe. Obwohl ich eigentlich dachte, ich hätte jemandem C2 gegeben. Oder es hat es einfach nicht übernommen. Das ist auch richtig zu. Ja, den kriegen wir nicht festgenommen von dieser Seite. Wir müssen alles da rein. Aber da draußen ist ja auch jemand. Oder ist das links am Boden? Könnte sein. Das ist ein Parking Keep. Granate in die Luft. Von hinten sollte ja niemand kommen. Ja, da liegt einer am Boden. Aber waren nicht wir hier nicht schon drin? Ich check's nicht mehr. Ich schaue dich an. Move there, I'm going. Wir müssen echt vorsichtig sein. Da ist ein Zivilist. So, der wäre wahrscheinlich schon... Ah, der hat nur noch einen Arm. Da ist fixieren natürlich schwierig. Ein Badezimmer. Das ist Talk. Ich glaube, das war einer von uns. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Wir haben hier echt alles. Ähm, are you okay? Ich glaube, die ist dead. Kann es sein, dass hier dahinter noch einer ist? What the hell? Achso, das war der. Was macht denn unser Kollege dahinter? Könnt ihr bitte alle mal antreten? Danke. Ja, ich glaube, das war's. Die Waffen haben wir. Alle Leute gesichert auch. Die Waffen haben wir. Die Waffen haben wir. Leider mit einem schlechten Ergebnis. Aber äh... Ginge leider nicht anders. Ginge leider nicht anders. Weil da einfach irgendein Typ plötzlich kam. Wäre jetzt mies, wenn irgendwo plötzlich doch noch einer rumlaufen würde. Weil es sich doch aus dem Stab gemacht hat und doch keiner von da war. Aber das sieht nicht so aus. Sonst hätte er wahrscheinlich uns schon längst, äh, gefunden und abgeschossen. Aber das sieht gut aus. Einsatz beenden. Tja, naja, excellent work. Zwei Ziele nicht geschafft. Aber sonst eigentlich alles gut. Ja, ein Sivilienkill, da kann ich nix dafür. Und D. Ganz okay, würde ich sagen. Ängstlich. Nachricht vom Doc. Danke, danke, danke. Danke, danke. Sehr nett von dir. Diesen Einsatz haben wir... ...OKG Meister, würde ich sagen. Officer Robinson. Officer Robinson ist wieder im Einsatz und Officer Lopez auch. Ein Doc? Ich glaube, du bist doch der Doc. Ich glaube, du bist doch der Doc. Nee, du bist ein Visitor. Ähm, haben wir... Im Evidence Locker etwas Neues. Im Evidence Locker etwas Neues? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn, dann haben wir es übersehen. Moin. Ich habe noch nicht so komische Statue. Die grossen Waffen sind wahrscheinlich nicht hier. Ne, es sieht nicht so aus. Gibt nichts Neues hier unten. Schade. Habe ich bestimmt irgendwas übersehen. Interview Room geht immer noch nicht. Listening Room geht aber. Ist das nicht der... ...Music-Typ? Den wir festgenommen haben? Ich glaube es. Sind halt schon coole Details, die hier sind. Vainting in Progress. Ah, da wird umgebaut. Gibt es hier etwas Neues? Mindshot. Milky Toe. Nee, sonst gibt es glaube ich nichts Neues. Naja, gut. Dann schauen wir uns noch kurz hier die Leute an. Achso, nee, das ist falsch. Das ist ja hier. Ängstlich, ängstlich, ängstlich. Aber keiner ist rot. Aber wir können sie trotzdem... Können wir sie austauschen? Theoretisch könnten wir das schon tun. Einfach alle vier zur Therapie schicken und dann nehmen wir die anderen drei oder vier mit. Ah, das geht gar nicht. Okay. So, wait. Hier. Tauschen wir das ganze Haus. So. Dann nehmen wir vier Leute beim nächsten Mal mit, die zufrieden sind. Und keine Angst haben. Ich drücke immer die falschen Tasten. Ich drücke immer die falschen Tasten. Sieht doch gut aus. Dann können sich die anderen vier ausruhen. Und dann nehmen wir die anderen vier mit. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Ready or Not. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. No! Somebody please help! Get back! Don't make it out of this. Drop the gun and let her go. I'm not going in! So, are you ready? Go tell her! Le classroomalle. minist float. Sorry. 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020